Das Märchen vom süßen Brei, der Topf, der niemals leer gegessen werden kann, das scheinen gerissene Hacker auf moderne Weise wahrgemacht zu haben. Eine Telefonkarte, mit der man unendlich lange telefonieren kann. Aber wie das so ist mit Märchen, so richtig wahr werden sie dann meistens doch nicht. Das Hamburger Landeskriminalamt hat nämlich heute bestätigt, dass man dem rund hundertköpfigen Ring von Kartenfälschern auf die Spur gekommen ist. Es gab bereits erste Festnahmen, offenbar in letzter Sekunde. In England und Deutschland sollten nämlich in den nächsten Wochen und in ganz großem Stil solche Wundertelefonkarten hergestellt und dann über ein mafioses Vertriebssystem verschachert werden. Die nachgemachten Karten sehen ähnlich aus wie die Originale. Mit dem kleinen Unterschied, dass nach jedem Gespräch das Gebührenkonto von 60 Mark wieder aufgefüllt wird. Die Karte ist somit unbegrenzt benutzbar. Davon konnte sich die Redaktion heute Nacht überzeugen. Filmen durften wir die Karte allerdings nicht, zum Schutz unseres Informanten. Denn nur einige dieser sogenannten Wunderkarten sind bislang auf dem Markt. Ein Umschlagplatz für die Fälschungen ist der Frankfurter Bahnhof. Hier werden herkömmliche Karten mit wieder aufgefülltem Kontostand verkauft, aber auch die Wunderkarten. Bis zu 10.000 Mark sollen sie kosten. Etwa eine halbe Million davon sollten auf den Markt kommen. Jede hätte der Telekom Verluste von bis zu 300.000 Mark gebracht. Ein Milliardenbetrug also. Die Fahnder des LKA Hamburg haben den groß angelegten Deal offenbar vorher verhindert. Die Telekom stritt bis vor kurzem noch ab, dass Telefonkarten gefälscht werden können. Ein in Auftrag gegebenes Gutachten zu Beginn des Kartengeschäfts sah zwar die Sicherheitsrisiken des Systems. Damals glaubten aber die Experten, eine Kartenfälschung würde sich nicht lohnen. Zu hoch seien die Produktions- und Vertriebskosten. Interesse an den Wunderkarten könnten zum Beispiel die Betreiber von 6 Hotlines in der Karibik haben. Sie verdienen ihr Geld durch die hohen Gebühren pro Telefoneinheit, die sie von den Telefongesellschaften gut geschrieben bekommen. Das Geld wäre schnell wieder eingespielt, während sie im Besitz einer Wunderkarte für 10.000 Mark. Und zwar, indem sie ihre Hotline selbst anrufen. Immer wieder. Die Telefonkarte, die niemals entwertet wird, nur für den Laien offenbar eine Wunderkarte. Für den Fachmann durchaus ein Ding der Möglichkeit. Und einen Fachmann möchte ich jetzt fragen, der sitzt in Berlin und ist der Sprecher des Chaos-Computer-Clubs und heißt Andi Müller-Magun. Guten Abend. Guten Abend. Wie war das nun möglich, dass das Sicherheitssystem der Post geknackt wurde? Ist das so schlapp? Ja, im Prinzip ist das so schlapp. Also uns war das seit mehreren Jahren bekannt. Wir haben auf unseren alljährlich stattfindenden Kongressen einen Workshop gehalten. Und seit ungefähr drei Jahren wissen wir, dass also eine Simulation spricht, dass man so tut, als ist man eine Telefonkarte problemlos möglich ist. Das Sicherheitsverfahren, das hier benutzt wird, beruht sozusagen darauf, dass es geheim ist. Und wenn man da einmal ein bisschen rumforscht, und das tun natürlich viele Hacker, Jugendliche, die da ihren Wissenszurs gestillt haben möchten, dann geht das. Also das heißt, die Berichte, die sagen, 1,8 Millionen Mark seien an einen hohen Telekom-Mitarbeiter gezahlt worden. Also diese Berichte müssen nicht unbedingt stimmen, weil ohne diese 1,8 Millionen Mark wäre es auch gegangen. Also im Prinzip kann man eine Telefonkarte selber bauen mit öffentlich verfügbaren Unterlagen, wenn man sich da ein bisschen umguckt. Es ist nun natürlich so, dass wenn man das entsprechende Budget verfügt und wirklich sicher gehen möchte, auch alle Tricks und Kniffe der Telekom drauf zu haben, dann ist es vielleicht schon etwas bequemer, die Unterlagen durch Bestechung einzukaufen. Aber im Prinzip wäre das überhaupt nicht notwendig gewesen. Und die Summe scheint mir auch ein bisschen hoch für die paar Blätter Papier. Die Telekom hat ja offensichtlich keine Sicherungen für nötig gehalten. Hat die sich eventuell gedacht, naja, es ist ja vielleicht auch viel billiger, keine so teuren Sicherungen einzubauen und eben ein paar geniale Hacker ein bisschen umsonst telefonieren zu lassen? Äh, naja, also die Telekom wird sicherlich jetzt erst einmal abwägen, ob sie nicht diesen Missbrauch, wenn es nur ein paar Karten sind, hinnehmen kann. Das ist sicherlich billiger als ein neues Verfahren einzuführen. Aber wenn diese Berichte stimmen, dass da also Karten in großem Umfang produziert wurden oder werden oder im Umlauf sind, dann ist es sicherlich teurer und dann muss die Telekom ein neues Verfahren einführen. Und an der Stelle hätte sie vielleicht doch frühzeitig ein anderes System wählen sollen, anstatt jetzt in diesen sauren Apfel zu beißen. Ja, das muss er jetzt tun. Also es sollen neue Leseeinrichtungen für die Telefone geben und eine Kodierung der Karten, die auch irgendwie umgewandelt sein soll. Wird das denn dann sicher sein? Das werden wir herausfinden. Ja, 85 Millionen Karten sind allein in diesem Jahr verkauft worden. Die müssen dann umgetauscht werden. Das könnte durchaus passieren und das könnte außerordentlich teuer werden. Kann man denn dieses System überhaupt sicher machen? Es ist schon so, es gibt sichere Abrechnungssysteme, die trotzdem eine Anonymität gewährleisten. Und das wäre das, was uns eigentlich wichtig ist, dass also nicht jetzt die Buchungskarte, die personenbezogene Karte aus Sicherheitsgründen bevorzugt wird, sondern dass es weiterhin eine, in Anführungszeichen, anonyme Guthabenkarte gibt. Es gibt kryptografische Verfahren, wo also mit Verschlüsselung gearbeitet wird, die sich da zeitgemäß anbieten würden. Auch auf den Netzwirken befinden sich da Sachen in Erprobung. Und da gibt es durchaus Ansätze und die Telekom könnte ja uns auch mal fragen. Ich denke, wir könnten da auch Hinweise geben, wenn sie da Interesse hätte. Ja, aber wie teuer wäre das denn? Vielleicht auch für den Verbraucher? Also die Einführung eines neuen Verfahrens ist für sich jetzt erstmal teuer, das ist klar. Aber ein sicheres Verfahren, das trotzdem Anonymität gewährleistet, muss überhaupt nicht teurer sein als das jetzt bestehende. Also Chipkarten, Telefonkarten, ein Eldorado für Verbrecher. Ich bedanke mich nach Berlin. Ich bedanke mich nach Berlin.